so ja jetzt fangen wir an hallo und jetzt willkommen wieder zurück bei let's play my craft hooker mit jan levent und hendrik alias crow wenn ihr crow hören wollt dann müsst ihr auf jeden fall unser kanal abchecken da wird noch viele videos von crore mir fehlt gerade was ich noch sagen wollte sicher keiner sehen will ja halt die fresse nicht hendrik ich meine echten crow was wollte ich jetzt machen ah jan steffen und thomas kommen vielleicht danach noch dazu die haben noch nicht so viel zeit gehabt das problem ist bei so einer großen truppe hat nicht immer jeder zeit weil schule oder die arbeit dazwischen funkt und dadurch wir nie einen richtigen aufnahmetermin finden und wir haben gesagt jetzt ist wochenende wir haben die leute die schule haben haben wenigstens zeit der steffen muss aber schauen wie er kommen kann ja und dann läuft das schon irgendwie die stars gut habt ihr noch was zu sagen miau nein quatsch ich hätte nichts mehr zu sagen aber irgendjemand sollte was zu sagen haben sonst ist langweilig ja stimmt es ist echt langweilig also haut mal einer was raus irgendeinen neuen witz oder so irgendwas unappetitliches sagen aber da habe ich jetzt auch keine lust drauf nee lass mal bitte ich habe gerade gegessen möchte ich nicht nee bei uns wird das essen gemacht lecker lecker pitta spaß ey fuck ich muss später auch noch was war das kann sein dass ich kurz die aufnahme ab und zu mal abbrechen muss weil ich nochmal kurz wecken muss später ich weiß nicht wann deswegen mal schauen ich habe mir hier gerade eine selbstgemachte adventure map gemacht noch mal die zuschauer die es bisher bis jetzt hierher geschafft haben was ich hoffe das sind viele es tut uns leid für die asynchronität wir haben also ich habe leider keinen plan immer noch was der grund wäre für die asynchronität ich habe da mal geguckt wegen der festplatte oder so aber in anderen videos habe ich komischerweise keine asynchronität bei den spielen und das ist sehr seltsam falls jemand von euch eine idee hat der jetzt gerade zuschaut bitte melden 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 Karim übrigens das stimmt nicht ganz dass du in anderen videos keine asynchronität hat in Batman nicht aber in Dings in Dishonored ab und zu fällt es fällt es ein ganz klein wenig auf dass du asynchron bist in James Bond hatte ich auch ganz kurzzeitig ab und zu mal aber das schöne in Batman hatte ich keinen in den COD-Teilen habe ich auch keine das weiß ich nicht genau ob du im COD-Teil hast aber bei Batman hattest du auch noch nicht die neue Festplatte da habe ich auf die alte aufgenommen damals die letzte Minecraft-Travel habe ich auch auf die alte aufgenommen also irgendwie ja und da hattest du keine Asinkroplicht doch 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 auf in den gerade in den alten Minecraft-Folgen in der letzten Minecraft-Travel war es übel mit der Asinkronität richtig war richtig da hast du mich geschlagen und ich habe schon vorher Aua gesagt so Aua! Pfff! Aua! Pfff! Das ist saubehindert ich weiß nicht wie das Gespräch jetzt sein wird das wird wahrscheinlich auch Asinkron sein so scheiße ey am besten sage ich gar nichts mehr Aua! Pfff! Aua Quatsch! Aua! Ganz ruhig Karim! Wir haben dich trotzdem alle lieb! Auch wenn wir jetzt nicht mehr so gern mit dir zoffen aber nur... Moment! Ich muss immer 5 Sekunden nach euch sprechen! JA Levent! Aua! Ich spendiere hier mal ein paar Samen ne? Für euer lustiges Feld hier! Das ist nicht unser Feld das ist Thomas und Can! Wo hat Levent eigentlich gebaut? Du warst letztes Mal da War ich? Ich hab auf dem Berg Jan, einfach den Schwanz rausholen, dann hast du auch sehr viele Samen Mehreren Millionen Samen Schöne weiße Samen Ich glaube, ich spiele jetzt Minecraft mal in der Third Person Ah, gute Idee Fuck, das sieht scheiße aus Oh ja Vor allem, du hast überhaupt keine Kontrolle irgendwie Alter, wo ist mein Haus? Ich hab mich verirrt F5 Weißt du Jedes Spiel hat irgendwelche andere Kombinationen an F-Tasten Bei Dishonored war zum Beispiel F9 laden Wie normal, also bei normalem Spiel ist ja F9 laden Dann hab ich jedes Mal die Aufnahme dabei abgebrochen, wenn ich neu geladen hab Das war behindert Ich hab leider keinen Plan, wo mein Haus ist gerade Ich hab mich völlig verirrt Ich komm mal kurz zu dir rüber Auch in der Third Person hier Ich seh da Licht Ich seh da Licht Ja, da ist mein geiles Haus Ich seh gar nicht Sieht echt nicht schlecht aus Sieht aus wie so ne... Ich weiß nicht, so ein Mongo, der sich auf ner Burg auf nem Baum verirrt hat Ein Feind Ein Feind Ah fuck Geh mal weg, Alter Geh mal weg, Alter Geh mal weg, Alter Dadadadah H بين Gehf mal weg, Alter Ich kreik dich, ich kreik dich Ich will niemals Geiles Feld, alter Ah, da hat die Homo-WG echt mal gute Arbeit geleistet. Lass mal alles kaputt, Mann. Hey, hey, hey. Hast gerade angehört wie Peter. Echt? Hey, 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 hey. Ich möchte gerne Jans Haus sabotieren. Ich hab ein halbes Herz. Jetzt sind wir noch unter uns. Wir können die Homo-WG sabotieren. Lass mal. Nein. Hab ich aber leider keinen. Hey, das ist meine EP. Ich wollte gucken, wo hinter dir der Creeper ist. Ja, und ich will ihn kaputt machen. Na, komm. Jetzt hast du ihm Angst gemacht. Guck mal, wie traurig er guckt. BAM. Alter, was soll das? Du hast gerade einen erheblichen Höhennachteil. Ja, aber darauf hab ich jetzt, bis ich eine EP bekomme. Ja, aber ich hab einen Höhennachteil. Was hast du gesagt, Levent? Nix, ich hab nur gelacht. Das ist sauber hin, jetzt musst du jedes Mal bis 5 zählen. Kommt noch ein Zombie. Komm mal, Zombie, da läuft so ein leckerer Karim gerade den Berg hoch. Den willst du doch bestimmt hinterher rennen. Lohnt herzlich willkommen zu Let's Play. Ja, Levent, was planst du jetzt als neues Singleplayer-Projekt? Jetzt, wir müssen uns noch mal unterhalten hier. Metal of Honor ist kacke. Kannst du vergessen als Singleplayer. Weißt du? Ich hab, du... Star-Team-Werb. Aber es macht jeder, keines Orgene. Ist okay. Weißt du, sie haben dieses Spiel so geil angepriesen. Und das hätten sie auch so geil machen können. Aber irgendwie ist Danger Close nicht so fähig. Auf keinen Fall. Das ist ein Bob-O-Laden, naja, ganz im Ernst. Ein Bob-O-Laden, sagst du? Bob-O-Laden, weißt du was? Weißt du Bescheid. Oh fuck, jetzt hab ich noch ein halbes Herz. Nein. I need glass. Ich weiß Bescheid, sagst du? Ich weiß Bescheid. Fuck. Alles voller Zombies. Und ich will jetzt auf keinen Fall sterben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wie bitte Levent? Oh man, ey, das ist echt genial. Henry, bist du auf dem Berg, der so hell erleuchtet ist? Wenn ihr noch mehr Videos von uns steppen und hören und sehen wollt, schaut an unseren Kanal vorbei. SendKLP, Dishonored, James Bond. Darf ich eigentlich Schleichwerber machen? Schade. Tut mir leid, du siehst, was draus geworden ist mit dem ZDF oder mit dem ARD. Irgendein Sender war das. Ist das ZDF? Wieso? Was? Was? Sie haben voll Stress. Hey, was? Ich glaube, ich mache einfach trotzdem Schleichwerber. Dein Haus sieht echt kacke aus. Halt die Fresse! Ach, was, ey. Da bin ich so direkt aggressiv, ey. Sagst du einfach zu seinem Haus? Sieht aus wie so ein Block auf dem Baum drauf. Ach was, das wird doch schöner. Was glaubst du? Ich bin ja in der Bauphase jetzt. Nachdem ich den Antic besucht habe und alles verloren habe. Ist ja klar, ne? Dann denke ich besuchte ich nie wieder. Äh, ja, da war dann Schluss für mich. Ich musste mich dann neu aufgrabben. Sterbt ihr Drecksviecher. Scheiße, Tricreeper. Mein Arsch. Kommt her, meine süßen rosa Gefährten. Alter, du hast ich gerade echt wie so ein Romo angehört. Kommt her, meine süßen rosa Gefährte. Bam! Fini, datch! Was wollte ich jetzt? Alter, ich vergesse immer, was ich haben will. Ah, Sand, genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fändig, du brauchst nicht zu lachen. Alter, wie viel hinten ist das? Das ist saubbehindert, weißt du, jetzt, das ist halt, du lachst und dann sag ich, schon vor, bevor du lachst, du brauchst nicht zu lachen. Das ist scheiße. Ich habe keinen Plan, was der Grund ist. Ach, wir haben doch keine Asynchro drin, oder? Weiß es nicht. Ich guck mal ganz kurz an, ich brech mal kurz die Aufnahme ab. Bis dann. Ich habe keine Rassen zu beleidigen, das ist nicht gut. Gut, dass ich das nicht aufgenommen habe. Heh heh heh. Hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Ich wollte gerade sagen, keine Sorge, ich werde schon keine Negerwitze reißen. Alter! Du bist so ein Bob. Ich dachte, du nimmst nicht auf. Ich will! Das ist deine eigentliche Schuld, wenn du zu mir sagst, du nimmst nicht auf. Ich habe das davor nicht gesagt. Ich habe das davor nicht aufgenommen, was du davor gesagt hast. Oh ja, du musst echt so ein Rassenfeind, das geht gar nicht. Ja, Entschuldige. Warte mal auf, ey. Wie kann man eigentlich Kakaobohnen anpflanzen? Du musst es an einen Baumstamm setzen. Geht nicht. Doch. Geht nicht. Es geht nur an einen orientalischen Baum, wollte ich gerade sagen. Es geht nur an Dschungelbäumen, wollt ihr mich verarschen, ohne Witz, ist auch behindert. Er wird ja nicht behindert. Ach, Quatsch. Oh Mann. Weil dann mache ich mir gleich... Kapsel ich mich ab von der kompletten Gesellschaft, indem ich einfach... like a boss, ey. Ich bin gerade professionell mein Eingehalt zurückgefallen. Wie ein Kien. Wir könnten mal Karems Landschaft verunstalten, indem wir einfach alle Bäume wegmachen, außer seinen Baum. Dann sehe ich nicht mehr wie so ein Baumhaus aus. Wir können auch dein Haus niederbrennen. Dann sehe ich genauso aus wie jetzt, weil das ist ein Klotz auf dem Baum. Stimmt, okay. Gut, also hat das schon mal keine Wirkung. Wie machen wir es dann? Wie auch immer der unten rumgammelt, geh weg. Ähm, ich mache nur ein paar... Ich will vielleicht Dschungelholz haben, das brauche ich. Du hast hier nichts zu suchen. Ich kann Fernkampf. Also, ne? Oh, geil. Das hilft mich eigentlich gar nicht. Wir hatten eigentlich schon Zuckerrohr gehabt von uns. Äh, so gut wie niemand. Oh mein Gott, der Can. Alter. Ich sage bewusst der Can, weil der Thomas das eh nicht hingekriegt hat. Also sage ich der Can. Was ist jetzt eigentlich nur Thomas? Kommt der rein oder nicht? Ich weiß nicht. Ist der da oder was? Ja. Ja. Hatt ich gerade gemeldet. Nehmt ihr schon auf. Dann soll er einfach mal reinten. Ja, habe ich mir auch geschrieben. Komm, einfach rein. Ja, das hat irgendwas dauert noch. Er muss doch an seinem Band. Ich habe überhaupt keine Tiere, mehr kann das sein. Also in der Wüsten, im Wüstengebiet, nicht da habe ich alle abgeschlachtet, aber weil wir haben ja auch genug. Du bist so ganz in der Wüste. Also ich habe übrigens auch eine tolle Weed Farm, wir haben ja alle Weed Farm, wir haben ja ganz viele Weed Farm von da. Weed, weed, weed. Ist es dein Baum, Karim, oder willst du auf dem Baum noch drauf, oder kann ich mir den neben deinem Baum abholzen? Kannst alle abholzen, solange du sie nicht kaputt machst, weil ich brauch das Holz irgendwann doch wieder. Ich, äh, wenn ich sie abholzen mache, mache ich sie kaputt, Karim. So, dann fangst mal. Du Bitch. Ja, okay. Da halte ich einfach her. Scheiße, du laberst. Wir hören uns alle hier lieb, Karim. Wir hören uns echt alle hier lieb. Boah, scheiß Standby, jetzt der Treiber von meinem Keyboard abgestürzt. Neee, finde ich schön. Das ist die G19, oder? Was hast du gesagt? 15. 15. Ist auch ein schönes Keyboard. Ja, ist halt ein bisschen älter schon deswegen. Aber ist halt trotzdem schön. Hat was. So, während das wächst, besuche ich euch mal anderen Homels. Ich muss ja immer wieder abchecken, da ich der Kamerabend bin. Übrigens, wenn der Jan da ist, gibt es auch die Jan-Cam. Also aus seiner Sichtweise, weil da oft lustige Sachen passieren, wenn die Homo-WG sich in den Haaren... ...wieder zugeschlagen hat. Nee, wenn die sich streiten. Thomas, die Blume sitzt nicht richtig im Zahn in der Vase. Hahaha. Blumenwahn. Gibt's ab Minecraft 1 Next. Also beim nächsten... 1 Next? Ja, 1 Next. Oh, Jan, da hast du einen Fehler getan. Wo denn? Ah, nee, das sind Druckplatten. Hehehe. Bei was denn? You know what that means. Challenge accepted. Naja, mit Druckminen und so, ne? Äh, mit was? Äh, meine Minecraft-Figur läuft gerade automatisch. Woran liegt das? What the fuck? Du hast... Ich bist so ein Bobo. Nein, ich kann meine Minecraft-Figur nicht behalten. Die läuft automatisch. Ist doch geil. Ja, witzig. Meine Finger von Weh, Karin. Witzig, guck mal, ich lauf gerade gar nicht. Ich seh dich gar nicht. Ey, bist du gerade bei mir am Haus? Ja, ich bin bei dir am Haus. Guck mal, Jan. Warte, ich muss gerade kurz rüberrennen. Ich muss kurz rüberrennen, erst mal. Ich kann mich nicht mehr halten. Ah, da bist du. Guck mal, ich lass jetzt meine Tastatur los. Ja. Guck, siehst du was? Ja. Du läufst ja gerade die ganze Zeit einfach schön los durch die Gegend. What the fuck? Okay, ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme, weil irgendwas... Jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr, Karin. Jetzt nicht mehr. Ja, guck mal, ich hab wieder die Hände von der Tastatur. Okay. Ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme, irgendwas spinnt hier. Bis dann. Bis dann. Bis dann.